Wir sind Automower-Experte in Ostfriesland und haben heute die ehrenvolle Aufgabe einer Gewinnerin von den 100 Testerinnen der Automower ein Mehr zu übergeben. Wir gehen jetzt gleich zu Frau Bornhold mit ihrem Gewinn. Die Besonderheit bei dem Garten von Frau Bornhold ist, dass wir dort wirklich alles vorfinden. Der Garten ist sehr verschachtelt. Der Automower kann da wirklich seine ganze Leistung zeigen. Dort werden wir dann das Begrenzungskabel verlegen. Die Ladestation wird an einer strategisch guten Stelle positioniert werden und anschließend wird das Gerät programmiert von uns auf die entsprechenden Gegebenheiten im Garten. Wir haben beim Test mitgemacht, weil wir uns einfach dachten, dass unser Garten schon durch die Hunde, durch den Maulwurf sehr anspruchsvoll ist. Es gibt auch eine kleine Durchfahrt, wo der Automower sich durchschlängeln muss und wollen den kleinen Kerl gerne mal den Praxistest unterziehen und gucken, wie er sich so macht. Auch bei Frau Bornhold werden wir im weitergehenden Verlauf das Ganze betreuen, wie bei unseren anderen Kunden auch. Für weitere Änderungen oder Rückfragen stehen wir als Automower-Experte jederzeit zur Verfügung. überprüftet Showlist überprüftet Showlist fünf bis